Hallo Sid, ich bin der Mann, dessen Name auf deinem Motor steht. Patrick. Leider kann ich nicht kommen, da ich mit vollem Einsatz schon am nächsten Motor habe. Prüle ich meine Zylinderlaufbahnen, prüfe die Lagerschalen vom Bleu, prüfe die Kolbenbeutel. Nachdem ich alles zusammengebracht habe, wird jetzt der Zylinderkopf montiert. Und dann wird der Zylinderkopf angesetzt. Der Ventildeckel wird entfernt und die Zylinderkopf wird entfernt.